Wer bist du denn? Vor allem, was hast du hier? Öffnen, Truhe, leer. Das ist schön. Und du bist... Audi! Die RNK hat sich Nelson wiedergeholt. Vielleicht können sie diesen Krieg doch noch gewinnen. Ah, ja. Okay. Da quarkt der Kater. Dem ist warm. Der wird immer energischer. Und Hunger hat er, wie es scheint. Das kann er nicht haben. Hat er gerade erst frisch gekriegt. Gut, dann gehen wir hier mal ran. Camp McCarran. Na, komm. Ladebildschirm. Zeige dich. Jetzt. Ach, funktioniert sogar. Klasse. Aber hier wollte ich gar nicht rein. Ich wollte ja raus. Und dann wollte ich ja eigentlich erst mal kurz nach Hause oder was trinken. Und, äh, ja. Der ist gerade geflogen. Ich habe das gesehen. Da schon wieder. Der fliegt. Wie machst du das? Ich will auch fliegen. Scheiß Bugs, wa? Frisst das Brammen da gerade? Asphalt? Viecher heutzutage vertragen aber auch alles. So, ähm... Wir wollen mal schnell zum Underground-Hideout wieder zurück. Und rein ins Loch. Lass die Tür auf. Ich weiß genau, dass du das warst, Veronica. Eben mal fix was, äh, essen. Äh, fix was trinken, meint er. So, macht das schon mehr Sinn. Sehr schön. Gut, ich würde mal behaupten, ähm... Ja, ich gehe jetzt hier raus und, äh... Werde an dieser Stelle noch wieder eine kleine Pause anlegen. Meine Katzen haben unbedingt jetzt das Bedürfnis, was fressen zu wollen. Und, äh, ich sage dann, wenn ihr meine Videos mögt, dann, äh... Ja, teilt sie vielleicht. Gebt mir einen Daumen hoch bei YouTube. Oder, ja, empfehlt sie andersweitig weiter, wie ihr möchtet. Abonniert mich vielleicht. Und, äh, würde mich wahnsinnig freuen. Jedenfalls, äh, sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja, hallo Leute. Da bin ich auch schon wieder. So, heute soll es hauptsächlich darum gehen, dass wir die letzten Deckel noch zusammenbekommen, die wir noch brauchen. Also, 1000, äh, brauchen wir ja dafür. 1000 Kronenkorken. Um nach, äh, New Vegas reinzukommen. Und, äh, ja, das möchte ich heute hauptsächlich schaffen. Da reinzukommen und dann mich da umzusehen. Und dann sehen wir weiter. Mal sehen, was dann noch so passiert. Jetzt müssen wir uns erst mal wieder durch diesen Ladebildschirm durchkämpfen. Ja, ja. Alles nicht so einfach. Diese Mühe, von einem Ladebildschirm in den nächsten zu kommen. Ihr merkt schon, ich, ich kämpfe mir hier richtig einen ab. Äh, und ihr auch anscheinend. Sonst würdet ihr jetzt nicht, äh, schon vorgespult haben. Oder ihr würdet vorgespult haben, oder was auch immer. Da sind wir endlich draußen. So. Dann wollen wir mal gucken, was wir heute an Aufgaben machen können. Ähm, ich würde sagen, das können wir erst mal machen. Da können wir vielleicht die restlichen Kronenkorken mit zusammenbekommen. Äh, Camp McCarron. Array Motel. Camp McCarron. Da will ich hin. So. Und ein neuer Ladebildschirm. Es ist doch einfach herrlich. Ja. Mach die Rakete da, die da fliegt. Das sieht ja auf dem, die ist schön aus. Ist das da, wo wir waren? Wo wir die Gule, äh, ins All geschossen haben? Oder in die weite Ferne? Oder wo immer die da gerade gelandet sind? Hm. So, das müsste jetzt irgendwann mal was werden hier, dass der Ladebildschirm auch mal wieder fertig ist. Das dauert heute eigentlich irgendwie alles ewig, habe ich das Gefühl. Ah. Uwe, dann. NCR and Proud. Okay. Protecting our country's natural resources. Ja, das ist ja mal schick. Hi, W95 to, äh, Repcon HQ ist, äh, irgendwas überhaupt. So, oh, hier haben wir einen Händler. Das ist ja schon mal schick. Äh, Händler, bist du? Bist du bestimmt hier gerade der Händler. Hi. Hi. Dann brammelt der Hintern in den Weg. Wer ein Car weiß, gute Bürger wie Sie zu schätzen. Wenn der Zahltag kommt, dann geht's zum Strip. Kann es kaum erwarten. Erstmal wollen wir jetzt hier rein und die Rechnung übergeben. Und noch ein Ladebildschirm. Mensch, wir haben es ja hier richtig heute. Das ist ja der Überwahnsinn. Die Festplatte rödelt sich einen ab hier. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles hier so wunderbar. Kann sein, dass er bei solchen langen Ladezeiten manchmal sagt, nö, ich habe keine Lust mehr. Ich mache jetzt hier Feierabend, pack, Spiel weg. Ja, Lucky 38. Take care for a spin. A good ranger. Okay, also, nur ein toter Ranger ist ein guter Ranger. Das ist aber schade. Riley's Rangers in Fallout 3, die Rüstung fand ich toll, muss ich sagen. The best of everything, all in one place. The ultralux. The rebirth of luxury. Oh ja, sehr schön. Wiki and Vance Casino. Mensch. See the infamous couple's death car. Ay, 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 ay. Also, allmählich nervt das doch mit dem Ladebildschirm hier, muss ich sagen. Also, das ist, äh, weiß nicht, was heute mit meinem Rechner los ist, aber so richtig wollen tut er nicht. So, dann können wir jetzt mal... Oh, wir müssen erst mal jetzt den Mist loswerden. Das heißt, hier vorne ist irgendwo bestimmter Eingang wieder. Sieht aus wie so ein alter Russentransporter. Ei, 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 ei. McCarran Airport. Da oben steht's. Ich denke mal, hier müssen wir wo rein? Und wer hätte es gedacht? Wir haben die nächsten Ladebildschirme. Mensch, Mensch, das ist ja der Überwahnsinn hier. Das war doch sonst nie so lange. Ja, ja. Jetzt haben wir sogar nur einen schwarzen Bildschirm. Da ist ein Schalter, da steht unöff, soll ich denn mal draufdrücken? Mord, Mord hat der geht. Der geht. Und hier geht, hier geht jetzt gerade gar nichts. Aha, war der Bildschirm fertig. So, wo ist denn, äh, Hier, wer kann hier mir meine Rechnung mal bezahlen? Hallo, äh. Gibt's hier irgendwo... McCarran Airport. Irgendwo erkenne ich diese Umgebung hier aus irgendeinem Film. Ich hab jetzt nur gerade echt keine Ahnung wer. Äh, wo. Äh, welcher. Ach, klar. Ähm. Oceans 13? Ich glaub 13 war das. Zum Schluss die Sache mit dem, äh, Einarmigen Banditen und dem, äh, Alibaba. Wenn der andere noch was mit anfangen kann. Ich muss mal eben gucken, was hier mit meinem Rechner los ist. Das ruckelt alles wie blöd. Ich bin sofort wieder da. Äh, so, und da ist er wieder. Da war noch was im Hintergrund an. Das hab ich mal abgeschaltet. Und jetzt hab ich auch gleich 5 FPS mehr. Das ist ja schon mal sehr schön. Dann muss ich mal eben hier noch mit den Kabeln hier einmal gucken. Das ist so. So ist das gleich viel besser. So, jetzt müssen wir mal, äh, überlegen, wie wir da hinkommen. Ich glaube, ich bin hier oben nämlich falsch. Ich muss nach unten. Glaubt er? Geht er mal gucken, ob er richtig glaubt. Und dann muss ich hier hinten, glaube ich, nämlich rum. Hallo? Schönen guten Tag. Hallo. Ist mir ein Vergnügen, Sie zu treffen. Ich bin Dr. Thomas Hildern, operativer Direktor AWI Ost. Ich vermute, Sie kommen wegen Vault 22. Vault 22? Äh, nein, ich höre das erste Mal von Vault 22. Nein, darüber hat man Ihnen nichts gesagt. Oder? Vermutlich auch besser, wenn unsere jungen Mitarbeiter im Rahmen ihrer Besoldungsklasse bleiben. Aha. Vault 22. Tja, wo fange ich da an? Äh, ja, ich höre. Stellen Sie sich nur einen Moment lang vor, das Ötland erblüht. Riesige Kornfelder aus Samen gezüchtet, die in nur einem Monat heranreifen. Wäre schön. Wo soll das Wasser herkommen? Obst, deren Bäume unter der Nassfetter reifend sind. Orangen fast zusammenbrechen. Ah. Eine Ernte, die eine Stadt satt bekommt. Oder eine Nation. Das ist ja ein toller Unterschied. Und all das, all das erfordert nicht mehr als ein paar Tropfen kostbaren Wassers und die Arbeit einer Handvoll Menschen. Bauern. Unmöglich? Nichts ist unmöglich. Äh, Las Vegas. Exakt. Die Wissenschaft hat dies tausendmal bewiesen. Aber wie viele Ötlandwilde glauben daran? Anwesende natürlich ausgenommen. Ich bin doch kein Ötlandwilder. Die erwähnte Wachstumsfülle ist übrigens keine Fantasie. Sie existiert in primitiver Form, nur wenige Meilen von hier entfernt. Das ist ja mal schick. Wir brauchen nur zuzugreifen und ihr Geheimnis zu entschlüsseln. Das ist es, wofür das AWI sie braucht. Was ist das AWI? Die wissenschaftliche Arbeit ist nie so leicht. Äh. Ach, man konzentriert seine Bemühungen oder die anderer Leute auf ein Ziel und macht Fortschritte. Alles eine Frage der Motivation. Weiter nichts. Okay. Ich glaube, die Bewohner von Vault 22 haben das Geheimnis vegetativen Wachstumsentschlüsseln. Ich hab gerade eben negativen Wachstumsentschlüsseln gelesen, aber... Keiner kümmert sich um sie. Keiner wässert sie. Trotzdem vermehren sie sich und wuchern in alle Richtungen. Ja, das ist ja mal schick. Finden sie den Grund für dieses wundersame Wachstum heraus und ich verspreche ihnen, das AWI wird sie fürstlich entlohnen. Das ist nett. Na gut, ich mach's. Gut, sie brauchen sich nicht an die RNK Behörden zu wenden. Ich kann ihre Bezahlung aus AWI Mitteln autorisieren. Oh, das ist ja schick. Vaults haben in der Regel einen Serverraum auf einer der unteren Ebenen, wo die Forschungsdaten gesichert werden. Einen Computerraum, verstehen sie? Ja, verstehe ich. Laden Sie alle Informationen des Zentralservers auf Ihren Pip-Boy herunter und bringen Sie mir unbedingt alle Notizen oder Proben, die Sie finden. Okay. Sonst noch was, dass ich wissen sollte? Ich dachte, der Auftrag sei ziemlich klar. Es geht lediglich darum, die Daten zu beschreiben. Ja, 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 ja. Sollte wohl nicht allzu schwer sein. Okay. Das Herunterladen der Datei besorgt Ihr Pip-Boy. Betrachten Sie sich als reines Transportmittel, wenn Sie so wollen. Ist nicht beleidigend gemacht. Nein. Als bewaffnetes, äh, beleidigtes Transportmittel. Auf Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Nicht, dass Sie es brauchen werden. Sie scheinen ja einigermaßen kompetent zu sein. Endlich mal einer, der es erkennt. Ich muss doch noch mal mit ihr reden. Ja, brauchen Sie sonst noch was? Ähm, ich habe eine Rechnung für Sie. Von Alice? Ich werde ihr die Bezahlung direkt zukommen lassen. Das ist nett. Die kaminrote Karawane führt ein strenges Regiment, auch hier im Ödland. Man sollte Sie nicht warten lassen. Nein, das sollte man nicht. Sonst noch was? Oder waren Sie nur wegen der Rechnung hier? Nein, nein, das war's schon. Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Aha, wir haben einen neuen Auftrag. Hat Dr. Hildern, geht mich ja eigentlich wahrhaftig nichts an, aber hat er Ihnen einen Job gegeben? Äh, jep. Hat mich gebeten, ein paar Daten aus der Vault 22 zu holen. Ich sollte nichts sagen, weiß schon. Aber Sie sind nicht die erste Person, die von Hildern zur Vault geschickt wird. Okay. Da waren eine Menge Söldner. Einer nach dem anderen. Keiner kam je zurück. Dann, etwa vor einer Woche, war es eine Wissenschaftlerin. Nein. Kili. Ungewöhnlich. Nicht die Art Mensch, die man erwartet. Aber ein echtes Genie. Und... Und er hat sie nicht erwähnt? Nicht mal ihren Namen? Oder die anderen Söldner? Nein. Er hat niemand erwähnt. Aber jetzt hat er sie angeheuert. Das kann zwei Gründe haben. Er hat von Kili gehört und sie hat es nicht geschafft. Oder er hat sie abgeschrieben. Okay. Hören Sie, ich verdiene nicht übel, aber reich bin ich wirklich nicht. Vielleicht würde mein Honorar einem Durchschnitts-Söldner eher nicht zusagen. Aber ich bezahle sie, wenn sie Kili suchen und zusehen, dass sie in Sicherheit ist. Sie da draußen zu lassen, weiß nicht mal, ob sie noch lebt. In Ordnung. Ich werde nach ihr Ausschau halten. Ich hatte bei Ihnen ein gutes Gefühl, schon als Sie hereinkam. Ernsthaft. Auf Wiedersehen. Alles klar. Viel Glück. Ähm, Doktor, erzähl doch mal. Ja? Brauchen Sie sonst noch was? Ja, Informationen. Bin ich die erste Person, die Sie zu Volt 22 geschickt haben, oder? Das habe ich auch nie behauptet. Sie haben mit Williams gesprochen, richtig? Yep. Welchen Unterschied macht das? Keinen. Begründete Spekulationen meinerseits. Williams ist sehr gut in ihrem Job, wird ihn also nicht verlieren, so sehr sie sich auch anstrengt. Nein, Sie sind nicht die erste Person, die ich zur Volt geschickt habe. Tut mir leid, dass ich es zu sagen vergaß, aber was wäre daran so wichtig... Vielleicht, dass die anderen alle umgekommen sind? Ich weiß lieber, worauf ich mich einlasse. Sie wollen Gewissheit. Die werden Sie nie finden. Schon gar nicht im Dienste der Wissenschaft. Nein, weil die Wissenschaft nur weiß, dass sie relativ wenig weiß. Sie ist eine begabte Forscherin, aber sie versteht vieles nicht und sieht nicht über den Tellerrand. Und du? Ich weiß, ihre Zeit ist kostbar, also will ich nicht noch mehr davon verschwenden. Sie finden ja selbst den Weg hinaus. Na, ich hoffe doch. Na, ich hoffe doch.